24.1, 2, 3 Uhr. Kuppengarten, Torstedt, 1, 2, 3. Noch 14 Tage zu Hause. Hey, ich hab morgen DMP. Alle Viertel, ja. Denkt an den Hubschrauber. Ich bin gespannt mit den Hubschrauber, schießt von euch. Ich bin gespannt. Der war da und jetzt über den Weg. Glaube ich nicht. Er ist weg. Der Sanker, der war da und noch über den Weg. Nee. Albert? Nachdem er eine von mir gefressen hat. Albert, Albert. Wir erobern Punkt 1. Der Feind erobern Punkt 2. Wir haben Punkt 1 zu erobern. Ja. Gut. Armaten direkt vor dir. Die Front hinterlassen. Die Front hinterlassen. Ich krieg aber so und so und nicht. Wenn's nicht sind unten. Das heißt, wir hinten ist das Problem. Hey! Ich nehm bei dir. Wir haben uns unterwegs. Der schießt noch nicht lang ab. Ja, der schießt nun mal. Jetzt ist er hinter dir. Ja, der schießt nun mal. Der krieg muss noch von den Kilken gehen. Guck, ich hab ihn nicht. Ey was für eine Tierstufe? Fickle ich hier aber gut. Achte! Beleggung! Beleggung! Diese Korpsung haben wir noch früher vor. bummer nicht mehr. Achte, kann ich an dem Siebener mitgehen. Gähäähäähäähäähääh. Von einem kriseinten denn? Ja, ich muss den Leuten mal ein bisschen mit den kleinen Urschufen fahren. Ja, ja, bin ich auch gerne dabei. Ja, wenn immer einer. Ja, ich habe jetzt alles geholt, was ich hole. Ich muss erst mal wieder hochfahren. Aha. Ich habe ja gesagt, wenn du eine lange Weile hast, kannst du gerne auf meinem Account ein bisschen rumdatteln. Na, kann man. Soll ich da mal ein paar Stunden druck fahren? Oh, gerne. Kein Problem. Ich möchte echt mal einfach so, dass ich einen Achter habe oder sowas. Ah! Ich würde ja gerne ein paar von meinen abgeben oder es geht schlecht. Irgendwie. Ja, das warst du wahrscheinlich einfach an den Account, kriegst du meinen, ist auch okay. Dann war's. Ja, wenn wir dann die Premium Panzer da transferieren können, würde ich das sofort machen. Ich habe keine Munition mehr. Mir macht das gar nichts. Da hetzt du fast alle. Passt. Oh, schön. Jetzt sind alle aufgeraucht worden. Und jetzt fahre ich hier allein rum. Und das mache ich aber nicht. Ich fahre hier wieder weg. Weil sonst bin ich nämlich gleich kaputt allein. Ja, aber die Premium kann ich dir ja bezahlen, oder? Ähm, das wird teuer. Ja, das macht ja nichts. Hast du ja auch bezahlt. Oder hau ab. Ich hab... Ja, ich müsste das mal zusammenrechnen, was das war. Die Preise... ...mal, äh... ...in Relation setze zu heut. Das hatte ich nämlich, äh... ...mitentefizieren! Feins, Panzer! Nein, nein, nein! Ami, steht dir der Solo vor, dass du nicht schießen kannst? Ja! Ja! Ich bin schon bereit! Sagst du, mein WARDE WARPLAYS Account hat auch so, ähm, mindestens 1500? Was ist dein? Mein WARDE WARPLAYS hat mich über die 1500? Äh... Wargaming... Nee, danke. Ja, gut, wir fliegen ja da, nicht mit Panzer. Ja... Ja, 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 ja... Da bin ich ja noch unfähiger als hier. Ja, aber... Aber die ist doch easy! Wieso hab ich denn eigentlich hier HEAT geladet? Was mach ich da für'n Scheiß? Das wäre hier... Mach ich hier keinen Schaden. 60... 30... Was ist'n los? Ich wohne nämlich hier halt... ...wenn ich hier, äh... ... total abkacken und mal Schuss hier nix bringen hier. Was ist denn da? Ich hab's gelesen hier in der S oder wo er's irgendwo geschrieben hat, aber da war's schon zu spät. Ich hab dann reingeguckt. Ähm... Ich glaube, wollt ihr denn mit Panzer spielen oder sowas? Oh nee, das war... Äh... ... der andere... ... der andere... Das erste Mal HEAT drin... Äh... ... AP drin und schon klappt wieder alles. Der Steffen ist übrigens auch hier, gell? Hi Steffen! Oh... Ja... 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 Und da funktioniert das anscheinend besser jetzt. Ja... Also den Global Chat reagier ich auch nicht, weil der interessiert nicht. Da schreiben ja alle Horns drin, also... Aber... Ja... Ja... Nee... Ich mein ja... Den... Äh... Den... Den... Den's jetzt... Für... Für... Fürs Bataillon auch gibt. Ja... Genau, das hört's noch die... Äh... 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 Also wenn ich da in Ruhe, dann ist sicher jeder. Bloß... Ähm... Wenn ich halt zum Beispiel... Der... Oma... Ich weiß immer nicht, wie das dann so fein geht. So... Weißt du das? Okay... Der ist da... Der ist da... Der ist da... Der ist da... Wollte ich noch jemanden einladen, oder wie war das? Ja... Ja das muss man mir doch mal sagen... Aber... Also ich hab sie... Wir erobern Punkt 4! Zwei Tag Punkt 6 eroberts! Tyno! 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 Wir haben 5.4 erobert So, ja Spielfleisch, Leute, wir brauchen Spiele Sagt's jedem, der Videospiele spielt Spielt Armored Warfare Sonst holt es euch heim nachts Ich bin jetzt nicht bereit, war doch eben schon bereit Wir erobern Punkt 3 Na, du? Watt, du! Los! Jetzt vorbei Kommt das sowieso nix Wer ist denn jetzt der Druck? Ist das der Pendel? Das ist der Erring Servus Hab ich die schon heimgesucht, oder was? Hahaha Shit, Alter, diese scheiß 4 Fraketen Ach so, der Mut ist gar nicht für uns dabei Das hat er jetzt gesagt Nene, ich spiel gerade ein anderes Spiel Äh, hat er einen PvP Äh, Global Bobs Bobs Global Bobs Hahaha Ja, noch so mit knapp 60 Punkte im Vorsprung Ich bin immer gespannt, ob ich das halte Das geht schneller Äh, dann an die Neuen, wenn ihr irgendwelche Computerprobleme habt Und die nicht selber lösen könnt Bin ich der richtige Mann dafür Ah, hier, äh, du warst doch auch der, der das Problem mit der Farbe hatte, gell? Ja Ja, ja Ähm, mit der Farbe hattest du doch das Problem auch Ah ja, genau, mit der Farbe, ja Ja, ja Ähm, ich hab jetzt ein Problemlöser bei mir gefunden Und zwar Ähm, hab ich Nvidia Experience drauf Mhm Gemacht Und seitdem ist die Farbe in Ordnung Ah Das ist, äh, unglaublich Seitdem ich das drauf hab, ist die Farbe prima Ähm, verändert sich auch irgendwie nicht mehr, es hat sich nochmal irgendwie verändert, warum auch immer Das ist ein Problem, oder? Mal gucken, vielleicht hätten wir unser Gespräch auch dann im Video, ich nehm das nämlich auf grad hier, das Video Das wird nämlich grad ein richtig krasses Gefecht Und ich kann's aber nicht gewinnen, weil ich hab jetzt grad noch 5x 344 HP gegen Koronet Ah, und ich muss gegen Koronet jetzt Ah, ich hab ein Platt geschossen, 2 Schuss noch, nur gebraucht, das ist ein Glück Und jetzt haben wir gleich alle 2 Punkte und wir gewinnen Ja, ja, ja Das ist so selten Wir sind aber 5x5 Team, das ist da die Wahrscheinlichkeitsgröße, dass man durch, dass man selbst noch irgendwas am Spiel entscheiden kann Weil man einfach schlauer ist als die anderen Wenn man denn auch Glück wird Ah ja, tut mir leid, das ist leider so Ah ja, tut mir leid, das ist leider so Ah ja, tut mir leid, das ist leider so So wie an den Leuten da das Schachdenken, oh man, das wären da die Beste Ähm, so glaub ich, bin ich hier gar nicht schlecht Ich bin zwar kein Schachgroßmeister und ich bin auch kein Panzergroßmeister, aber Wie gesagt So schlecht kann ich denn jetzt sein Nee, da muss ich die Karten mehr Das hat schon alles nicht schlecht Ziel identifiziert Rauchanlage, raus Geht, 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 geht Geht, geht, geht Geht, geht So, 133 zu 459 Zum Vorteil Bin ich mal gespannt Das Cap-Wall ist nämlich 3 Cap Und wenn die jetzt fast alle bei 3 sind Bei denen hier im eigenen Cap Steht jetzt noch eine, sehe ich Dann fahr ich jetzt einfach mit hin Weil da steht nämlich schon eine von uns Und dann Cap mit denen hier im Cap Und dann haben wir trotzdem zwei So, und so musst du da strategisch Irgendwie sehen Was ist grad vorteilhaft, was nicht Wenn irgendwo eine Einzel von uns Zu einem Cap fährt, wo 5 Mann von der anderen entsteht Fahre ich da nicht auch noch hin Weil ich weiß Bumm, bumm, bumm macht's Und wir sind alle 2 weg 12.3, Robert Ja, ja, ich komme, ich komme Ach, 13.2 da Ich glaube, 13 zu 380 Ja, 0 zu 380 Ja, 380 plus Gewonnen, gewonnen Jetzt brauche ich glaube ich mal ein Spiel Und dann Kriege ich die Avatare fürs Oktoberfest Kriege ich die Avatare fürs Oktoberfest Weißt du das Spiel? Ja, ich schließe ich da auch noch drauf Naja, ganz so gut hab ich nicht abgeschnitten Jungs, er steht Ich steh gleich nicht mehr Aber die anderen, die haben einfach mehr Pen Und hauen mehr raus Ja, ja, ja Der BMP Oh, nee, ja Aber die anderen Jungs